Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Starfield. In der letzten Folge sind wir hier in dieses versteckte Mantis gegangen und haben uns ja schon mal ein bisschen umgeschaut. Und wir sind herausgefunden, dass der Sohn von der ursprünglichen Mantis, glaube ich, ich bin mir nicht mal ganz sicher, das Ganze geerbt hat. Und jetzt musste er natürlich hier durchkommen, ist aber davor verstorben. Und wir haben hier das Rätsel auf eine sehr elegante Art und Weise gelöst. Das ist richtig Eral-Style gewesen. Jedenfalls gehen wir jetzt mal weiter und gucken mal, was das Versteck sonst noch so für uns bereithält. Während ich jetzt hier runterlaufe, lasst ihr mal auf jeden Fall gerne mal ein Like da. Einfach mal einen Kanal ein bisschen zu unterstützen oder ein Abo, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und wir gehen mal weiter und gucken uns an, was hier so noch stattfindet. Warte, so rum. So, abgesehen natürlich hier von dem... Warte, was ist da hinten noch bloß? Oh, noch meiner. Okay. Ah, hier gibt es noch das Intercom, okay, automatische Nachricht. Hören wir uns mal an. Ich konnte dir das Versteck leider nie zeigen. Es ist ein Geheimnis, das seit über 100 Jahren weitergereicht wurde. Nach strengen Regeln. Erinnerst du dich, als du ein Teenager warst? Das Training und die Übungen, all das sollte dich auf diesen Moment vorbereiten. Ich glaube an dich, Leon. Okay, ja eben. Also er wurde quasi ausgebildet, die Erbe irgendwann zu übernehmen. Und nur wenn er hier durchkommt, wäre er würdig gewesen, so wie das klingt. Sein oder nicht sein? Nicht sein. Wetten? Nicht sein. Nicht sein. Nicht sein. Nicht sein. So, hier nehmen wir natürlich die Munition mit. Und dann gucken wir hier mal noch ganz kurz. Was gibt es denn hier noch so? Versteckter Mantis. Ist hier nochmal ein Slate oder sowas in die Richtung? Das ist ein Notizblock. Ordner. Schlagbucher. Den Slate gibt es hier, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt da in den Fahrstuhl. Oder? Aber hier geht es auch lang. Oh, ist die Mantis ein Schiff? Ach, geil. Du hast es geschafft. Das Versteck gehört jetzt nicht mehr. Hier bist du alles, was du brauchst, um zur Mente zu werden, mein Junge. Ich war nicht die beste Mutter. In der Zeit, die uns noch bleibt, wünschte ich, sei eine bessere Mantis. Ein besserer Mensch als ich. Und was macht die Mantis? Also, die Mantis ist nicht das Schiff offenbar, sondern es ist eine Rolle, die man irgendwie übernehmen kann. In dem besiedelten System, sag ich mal. Nur, was genau ist die Mantis? Ist die Mantis dann so eine... Oh, guck mal. Ist die Mantis dann so... Alter, ist das viel wert. Guck dir das mal an. Magshear, Gewehr, episch. 35.000. Aber was haben wir hier noch? Ähm, aber was ist denn die Mantis genau? Also, das habe ich noch nicht so rausgehört. Aber das scheint irgendwie eine Art... Ich nenne es mal Bespitzerrolle oder sowas zu sein, vielleicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Warte, vielleicht können wir hier noch was nachlesen. Verbrannte Erde. Achtung. Admin-Alarm. Bitte melde dich von diesem Computer ab. Vorgang Verbrannte Erde hat drei offene Dokumente erkannt. Achtung. Du hast eine Stunde bis zum Admin-Override... Äh, bis zum Admin-Override Zeit, um dieser Aufforderung nachzukommen. Du hast es dir verdient. Hallo, du... Durian. Hallo, Duriane. Du hast mich sicher für verrückt gehalten, aber... Jetzt verstehst du mich, oder? Von allen Leuten, die ich hätte auswählen können, bist du der Rolle der Mantis am besten gewachsen. Das weiß ich einfach. In diesen Computern findest du die Geschichte der Mantis. Sie war nicht immer so wie heute. Geh mit der ersten Mantis bitte nicht zu streng ins Gericht, wenn du ihre Aufzeichnung durchgehst. Sie hat in ihren hitzigen Zeiten gelebt und bevor sie den Umgang an ihre Nachfolger weitergegeben hat... Umhang, Entschuldigung, an ihre Nachfolger weitergegeben hat... Ist dir klar geworden, dass die Figur der Mantis zum mehrbestimmt sein könnte, als nur Geld zu machen. Sie könnte ein Symbol werden. Bring Sicherheit in die besiedelten Systeme. Jage allen Angst und Schrecken ein. Die denken, sie stünden unantastbar über dem Gesetz. Aber am wichtigsten ist... Hüte die Geheimnisse. Ich gehe jetzt in den Ruhestand. Versuch nicht, mich zu kontaktieren. Du wirst mich nicht finden. Ich habe dir alles hier gelassen, was du brauchst. Die alte Mantis Erstes Opfer Ich war vorher schon gezwungen, anderen das Leben zu nehmen. Aber jetzt habe ich es zum ersten Mal als Mantis getan. Ich hatte Angst. Weniger vor dem Kampf, sondern hauptsächlich, weil ich niemanden enttäuschen wollte. Das Schiff der Mantis, die Razor Leaf, war früher allen anderen um Lichtjahre überlegen und es fliegt immer noch schnell und zuverlässig. Aber mir ist klar, dass ich das Innere quasi komplett überholen muss. Nur die Hülle ist wichtig. Die ist das Symbol. Aber am Ende habe ich Reddera doch erwischt. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf den Straßen von Aquila City bald gefeiert wird. Abschaum Ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Tracker-Arbeit im Grunde genommen nichts anderes als Auftragsmord ist. Ich bin mir nicht sicher, warum die alte Mantis ausgerechnet mich auserwählt hat. Aber das hat so ziemlich jede Mantis vor mir gesagt. Überliehen Ich habe gelebt, gekämpft, einfach weitergemacht, als wäre nichts. Aber ich kann immer nur an eine Sache denken. Du hast nur noch ein Jahr zu leben, Dory. Mein Kopf spielt das immer und immer wieder ab. Ich kann das Büro noch riechen. Den traurigen, matten Blick des Arztes. Die Details überkommen mich zu den seltsamsten Zeiten. Ich sehe die Kontraste jetzt ganz deutlich. Was wichtig ist und was nicht. Am wichtigsten wird es sein, einen passenden Nachfolger zu bestimmen. Und ich weiß einfach, dass Leon der Sache gewachsen wäre. Ich habe ihn so sehr im Stich gelassen. Der Job schien immer viel dringender zu sein. Wenn ich gnadenlos ehrlich damit bin, muss ich mir eingestehen, dass er mehr von Kindermädchen und Internaten großgezogen wurde, als von mir. Aber er hätte großes Potenzial, wenn er selbst nur auch erkennen würde. Ich spreche mit meinem Anwalt, sobald ich morgen früh ins System komme. Ich muss die Sache ins Rollen bringen. Heute habe ich einen guten Tag. Ich fühle mich ganz normal. Aber ich laufe durch die Welt wie eine Wolke. Also tatsächlich so ein bisschen. Vielleicht hat man irgendwie angefangen. Das Ganze sieht irgendwie doof aus. Ich weiß auch nicht. Bei jedem anderen Spiel hätte ich Angst, da hinzulaufen, weil es so aussieht, wie wenn da ein Jumpscare erwartet. Was heißt bei jedem anderen Spiel? Wenn das ein Horrorspiel wäre, sagen wir es mal so. Hier haben wir noch, das gehört so, das ist die Marmormusterung. Hier von dem Waschbecken. Das ist einfach so. Okay. Und dann ist man quasi so eine Art Beschlützer des Universums geworden. Vielleicht hat man anfangs irgendwie so, ich nenne es mal Schutzaufträge übernommen. Also ich nenne es jetzt mal Security-Arbeit. Vielleicht sowas in die Richtung gemacht. Und irgendwann hat man gesagt, nee komm. Das muss mehr wert sein. So, da kommen wir nicht rein. Hier ist noch ein Digi-Dietrich. Der Bruder von Digi-Haller-Forten. Na gut, wir gucken uns den Anzug mal an. Ausstellungs-Puppe. No, der Anzug ist ja nicht so gut. Muss ich echt sagen. Ne, also hier fast alles schlechter. Warte, wie viel physischer Schutz? Ah man, ich würde gerne sehen, von wie viel zu, wie viel man immer hat. Warte mal. Jetzt haben wir 112. Ja, dann lohnt sich der nicht so richtig. Aber ich nehme ihn mal mit zum Verkaufen. Erfahre mehr über das Mantis-Versteck. Okay, wir gucken uns noch ein bisschen um. Mal sehen, ob wir doch noch irgendeine Input finden. Weil hier drin sieht es eigentlich nicht mehr danach aus. Aber vielleicht draußen noch. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Okay, so viel steht hier ehrlich gesagt nicht mehr rum. Die beiden bleiben hoffentlich da drin. Hoffentlich. So, was ist das denn? Ah, guck mal, hier ist noch ein Sicherheitscomputer. Security-Aufzeichnungen. Beschädigte Einträge nicht wiederherstellbar. Explosion erkannt. Notformatierung wird ausgeführt. Notfallverteidigung verbrannte Erde initiiert. Mainframe-Fehlfunktion. Formatierung bei 97%. Security Offline. Vorgang beendet. Vorgang verbrannte Erde abgebrochen. Das kommt uns vielleicht zugute. Dann kriegen wir hier noch ein Chip. So, hier nehme ich mal die Credits und die Muni noch mit. Mal sehen, was es hier noch so hat. Aber auf dem Bau nicht mehr so viel Interessantes. Gucken wir mal ein Licht an, gerade. Hier können wir das Schiff aktivieren. Ich gucke aber erstmal noch, ob hier noch irgendwas rumliegt, was es nochmal ein paar Infos geben könnte. Aber so wie es aussieht, wir aktivieren mal das Schiff. Mann, jetzt wird es mir wieder weggenommen. Ich glaube, wir müssen jetzt hochfahren, oder? Damit mit dem Aufzug, den wir schon gefunden haben. Das ist ja super gelöst, ne? Also auch wenn du da mal schnell los musst, weil irgendwas in Gefahr ist, du irgendwie beschützen willst oder sowas. Da musst du erstmal hier reinrennen, musst den Knopf drücken und dann musst du wieder rausrennen, um dann ins Schiff zu steigen. Das hätte man besser lösen können, ne? Also, da hätte es sicher einen Ingenieur gegeben, der da eine bessere Idee gehabt hätte. Aber gut, auch zur Ebene 0. So, was haben wir hier noch? Tür geschlossen. Können wir nur die Tür öffnen. Ah, guck mal hier. Automatisierte Nachricht. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest. Dementis zu sein, ist eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Du hast das Zeug dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Es ist nicht mehr weit. Na gut. Na, dann gucken wir doch mal, ob wir damit wieder ein paar Spacer aktiviert haben oder sowas. Die dann auf dem Weg hierher sind. Aber erstmal hier raus. Die war, okay. Wobei, die ist über 12.000 wert, nehme ich mal mit. Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Ich nehme mal wieder die. Hier haben wir ein bisschen weitere Distanzen. Aber das war das, wo ich vorhin gedacht hätte, das wäre ein Raketensilo. Okay. Aktivität. Sprich mit Barrett. Okay. Razor Leaf. Wir steigen mal ein. Wir gucken das Razor Leaf mal an. Und mal gucken, was das Schiff so kann. Das war ja gerade der Eingang. Na gut. Hallo Andrea. Na? Ich bin Profi auf vielen Gebieten. Hier geht's wahrscheinlich direkt zum Cockpit, oder? Genau. Hier haben wir das Cockpit. Hier haben wir so das Captains Quartier. Sowas in die Richtung. Und dann gucken wir mal, ob nur noch was oben ist. Okay. Waffenkopper öffnen. Hier ist nix drin. Ah, okay. Na gut. So viel hat das Schiff jetzt nicht zu bieten, ehrlich gesagt. Also wir haben hier halt eine Waffenkammer. Und wir haben unten dann das Captains Quarter. Ich glaube, da können wir nicht so viele Leute mitnehmen, wie ich das gerne hätte. Aber das Schiff nehmen wir dann natürlich trotzdem in Besitz. So, erstmal hinsetzen. Und dann heben wir mal ab. Und die Bewaffnung ist ehrlich gesagt auch nicht so geil. Na gut. Na super. Jetzt haben wir ein schlechteres Schiff und müssen uns jetzt mit dem Sternblut auseinandersetzen. Wo auch immer das ist. Ah, hier. Ich schieße mal. Auch wenn wir erstmal nur auf den Asteroiden schießen. Aber irgendwie müssen wir den Weg ja frei machen. Aber komm, dem geben wir jetzt mal. Garion-3-Sternblut. Noch hält unser Schild einiges aus. Können wir hier... Warte mal. Können wir hier die Antriebe kaputt machen? B-Ziel verloren. Okay, ich möchte gezielt auf die Antriebe schießen. Zielerfassung. Na, schade. Okay. Hätten wir ein bisschen früher dran denken müssen. Aber das ist einfach weg. Warum ist das weg? Na super. Okay, lass uns mal ganz kurz gucken. Bier her. Was? Ähm. Erstkontakt. Kommunikation. Das würde ich gerne noch machen. Weil das fand ich spannend. Das würde ich gerne noch machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, dann gehen wir mal weiter der Hauptquest nach. Aber zunächst mal gucken wir uns nochmal dieses eine verlassene Schiff an. Weil sowas finde ich immer spannend, ne? Und dann die Geschichte von so einem verlassenen Schiff zu erfahren. So. Lassen wir mal ganz kurz. Geht das? Weil da mache ich zwischen Folgen nämlich noch ganz kurz ein Dingens. Äh, ein Thumbnail. Das würde ich aber gerne hier machen. Ihr werdet es schon gesehen haben in der Zeit. Aber, na gut. Also, Orbit von Porrimar. Hier. Dann springen wir da mal hin. Achso. So. Hoffentlich fliegen wir nirgendwo dagegen. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Die Antworten immer noch nicht. Na dann gucken wir doch mal, was wir in diesem Schiff finden. Also, ich meine, es muss ja schon ein bisschen was Besondereres sein, wenn halt, äh, wenn halt eine Quest da ist, ne? Okay, ich bin gespannt. Und wir treten ein und gucken mal, was uns erwartet. Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Sprich mit dem Käpt'n des Schiff- Hä? Aber das ist doch verlassen, oder? Moment mal, was bist du? Oh, wir sind Menschen. Vom Planeten Erde im Sol-System. Okay. Natürlich bin ich ein Mensch. Ich nehme mal an, du hattest jetzt was anderes erwartet. Wir hatten nicht erwartet, auf Leben zu stoßen. Schon gar nicht auf Menschliches. Wir dachten, außer uns hätte niemand die Erde verlassen. Ihr dachtet, ihr seid die einzigen? Ich fürchte, ihr wusstet sehr viele Dinge nicht. Wollen wir unsere Gäste nicht begrüßen? Natürlich, meine Manieren. Ich bin Käpt'n Diana Brackenridge. Das ist Security Officer Bomani Reader. Hm. Und das ist Dr. Mabuti da Costa, einer unserer Ältesten. Ist mir ein Vergnügen. Mhm. Was ist das denn für ein Schiff? Du befindest dich auf dem Erdkolonistenschiff Constant. Wir sind vor vielen Generationen vom Planeten Erde aufgebrochen, um eine neue, bewohnbare Welt zu kolonisieren, im Geiste unserer Ahnen vor fast tausend Jahren. Warte mal, vor tausend Jahren? Ich hab noch nie so ein Schiff gesehen. Was kannst du mir über diese Konstruktion erzählen? Ich kenne nicht alle Details, aber ich sage dir gerne, was ich weiß. Es ist ein Kolonistenschiff. Es wurde vor langer Zeit von unseren Vorfahren gebaut, um uns jahrhundertelang im All überleben zu lassen, über Generationen hinweg. Es ist robust, schnell und geräumig. Der letzte Punkt ist wichtig, weil wir möglichst viele Vorräte mitnehmen mussten und gleichzeitig genug Platz für die Crew brauchten. Achso, es ist so ein Generationenschiff. Es gibt ja so Generationenraumschiffe, die dann halt losgeschickt werden und dann halt irgendwie fünf, sechs, sieben, zehn, zwölf Generationen erst mal auf diesem Schiff nur leben, bis man dann irgendwann dort ankommt, wo man hin möchte, wenn man jetzt halt noch keine Grafantriebe oder sowas hat. Aber jedenfalls, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal. Ich bin Eral und ich bin hier, um zu helfen. Ach, wie du vielleicht erahnt hast, sitzen wir etwas in der Klemme. Als unser Schiff nach fast 200 Jahren endlich ankam, war unsere neue Heimat bereits kolonisiert worden. Von... Nun, das wissen wir nicht. Alle Kommunikationsversuche waren vergeblich. Du kommst daher gerade recht. Vielleicht könntest du vermitteln. Zwischen uns und... Nun ja, den anderen. Unglaublich. 200 Jahre? Warum hat die Reise denn so lange gedauert? Ah, deine Frage bestätigt eine unserer jüngsten Theorien. Offenbar wurde während unserer langen Reise eine Überlichtgeschwindigkeitstechnik oder eine raumkrümmende Technik erfunden. Das würde erklären, warum wir soweit draußen im All auf Menschen treffen. Die Technologie hat uns irgendwann überholt. Interessant. Ich kann nur mutmaßen, dass unsere Ahnen dachten, die Technologie würde nie funktionieren. Deswegen haben sie wohl entschieden, aufzubrechen. Und, okay. Also, sie sind das quasi... Also, ne? Wir sind frühe Kolonisten, die halt losgefahren sind mit so einem Generationenschiff und dann seit Ewigkeiten im All festhängen. Und die haben jetzt natürlich... Die haben das dann nicht mitbekommen, dass halt so ein Grafantrieb mittlerweile erfunden wurde. Ah, okay. Das ist ja cool. Wie habt ihr 200 Jahre lang denn überleben können? Tja, die kurze Antwort, gar nicht. Es ist ein Generationenschiff. Die meisten haben ein langes, glückliches Leben an Bord geführt und die Mission an ihre Kinder weitergegeben. Es war nie beabsichtigt, dass die ursprüngliche Crew unser Ziel erreicht. Es ging im Grunde immer nur darum, das Überleben der Menschheit zu sichern. Wobei, das wohl ein wenig anmaßend war, wie wir nun wissen. Mhm. Und du weißt also von Menschen auf der Oberfläche? Ja. Naja, quasi. Wir haben dank unserer Ausrüstung Gebäude gesehen. Und es sind immer wieder Schiffe vorbeigekommen. Manche wollten sogar kommunizieren, aber vergeblich. Wir wussten natürlich nicht, dass sie von Menschen geflogen werden. Mhm. Ich würde im Prinzip gerne mehr erfahren, aber vielleicht sollten wir erstmal aus dieser Luftschleuse hier raus. Oh ja, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Also dann, kommt bitte mit. Wir müssen erstmal einiges besprechen. Dazu gehen wir auf die Kommandobrücke. Dr. Da Costa, du kannst in dein Quartier zurückkehren. Danke. Ich folge dir auf die Brücke. Aus Sicherheitsgründen. Für den Umgang mit Gefahren außerhalb des Schiffs Ich glaube, wir haben von unserem Gast nichts zu befürchten, aber wenn du da aufbeschließt... Wedel nicht so mit deiner Waffe herum. Wir wollen sie nicht in Aktion sehen. Willkommen auf dem Erdkolonistenschiff, Konstant. Anfang der 2100er Jahre hat mein Vorfahr Rupert Brackenrich eine Reihe wissenschaftlicher Szenarien erforscht. Klimawandel, Asteroideneinschlag, Atomkrieg, globale Pandemie und mehr. Alle Szenarien haben ein Massenaussterben innerhalb der nächsten 50 Jahre vorhergesagt. Er war überzeugt, dass die Erde unbewohnbar werden würde. Und wir dachten, dass genau das geschehen ist. Er hat also die besten und klügsten Kräfte versammelt. Die Konst sind gebaut und Kurs auf diesen Planeten gesetzt. Das Schiff war damals das größte, fortschrittlichste Schiff, das je auf der Erde gebaut wurde. Ganze Generationen wurden auf diesem Schiff geboren, haben hier gelebt und sind hier gestorben. Der Beweis, dass die menschliche Genialität und Hartnäckigkeit keine Grenzen kennen. Unsere Ausrüstung ist zwar alt, aber man kann damit noch wunderbar stören, Friede ausscheinend. So ein Schiff wie Janus habe ich noch nie gesehen. Eigentlich war kein Schiff vorhanden. Ich bin so schockiert wie beeindruckt, dass alles noch funktioniert. Da du jetzt hier bist, hat meine Crew endlich die Chance auf ein neues Leben. Wie lange bist du denn schon Captain dieser Crew? Es sind jetzt sechs Jahre. Ich war noch ein Teenager, als mein Vater gestorben ist und mir das Amt vererbt hat. Das ist Tradition. Deswegen war quasi alles learning by doing. Ich konnte nicht wie vorgesehen jahrelang vom vorherigen Captain angelernt werden. Ich glaube, manche auf dem Schiff sind etwas angefressen, weil ich nicht so viel Erfahrung habe wie meine Vorgänger. Andererseits hätten wir es ohne meine Führung wohl nicht so schnell hergeschafft. Wie geht es denn zu deiner Crew? Alle sind durcheinander, wie du dir vorstellen kannst. Verwirkt, weil wir nicht alleine sind und auch besorgt, wie es jetzt wohl weitergeht. Wir hoffen zwar, dass wir mit den Menschen auf der Oberfläche zu einer Einigung kommen, aber sie scheinen etwas zögerlich zu sein. Also, wer weiß. Ich weiß nur, dass wir nicht ewig hier im Orbit bleiben können. Das Schiff wurde gebaut, um uns jahrelang am Leben halten zu können. Mit reichlich Backup-Systemen. Aber auch das hat irgendwann ein Ende. Ist es denn schwierig, Käpt'n eines Kolonistenschiffs zu sein? Das ist das falsche Wort. Es kann herausfordernd sein, aber auch aufregend. Wir sollten die Menschheit auf einer fernen Welt neu aufbauen. Wir dachten, wir wären die letzte Hoffnung. Es saß immer ein Brackenridge auf dem Stuhl des Käpt'ns, aber dass ausgerechnet ich jetzt die letzte Etappe der Reise leite, ist wirklich berauschend. Da nun aber im letzten Augenblick dieses Hindernis vor uns liegt, sind wohl schwierige Entscheidungen nötig. Okay, also es klingt insgesamt, als könnte dir durchaus Hilfe gebrauchen. Naja, wie schon gesagt, alle unsere Kommunikationsversuche sind gescheitert, bis du aufgetaucht bist. Aber versucht haben wir es. Aber wenn du schon fragst, vielleicht könntest du als diplomatischer Kanal zwischen uns und ihnen dienen, damit wir eine Lösung finden. Wäre das für dich akzeptabel? Hm, was stimmt denn mit eurem Com-System nicht? Unsere Ausrüstung ist vermutlich völlig veraltet, verglichen mit dem, was jetzt alle haben. Ehrlich gesagt hatten wir nicht erwartet, überhaupt jemanden zu erreichen. Unsere Com ist nicht sehr robust, das schränkt unsere Optionen ein. Wir haben es sogar mit Licht- und Schallsignalen versucht, wie in einem dieser alten Filme. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert hat. Möglicherweise hat es sie sogar ungewollt aufgeschreckt. Aber ich helfe gerne. Sag mir einfach, was ich tun soll. Wir wissen, dass unten auf dem Planeten eine Siedlung ist und jemand vor uns dort war. Wir beabsichtigen, diesen Planeten zu besiedeln. Aber da sie schon hier sind, werden sie ihren Anspruch verteidigen wollen. Wir möchten, dass du uns vertrittst und uns hilfst, eine Lösung auszuhandeln, die im Idealfall uns begünstigt. Und warum sucht ihr euch nicht einfach einen anderen Planeten? Auf Grundlage der Daten, die unsere Vorfahren zum Beginn dieses Projekts hatten, wurde dieser Planet als perfekte neue Heimat auserwählt. Selbst wenn wir eine passende Alternative hätten, kämen wir mangels Ressourcen niemals dort an. Die Reise hierher hat schon 200 Jahre gedauert. Unsere Leute wollen nicht weiter durch das Sternenmeer treiben, wenn ihre Kinder am Ende auf einem minderwertigen Planeten leben müssen. Na, wir könnten ja einen ins Raumschiff packen und dann einfach zehn Graf-Sprünge hin und her machen oder... Na gut. Wie konnten andere diesen Planeten besiedeln, wenn ihr ihn schon beansprucht hattet? Als wir die Erde verließen, gab es im Tiefenall noch keine beanspruchten Planeten. Wir nahmen an, dass niemand außer uns eine generationsübergreifende Reise antreten würde und eine förmliche Beanspruchung daher nicht nötig wäre. Mein Vorfahr, Rupert Brackenridge, hatte damals aber beantragt, dass die erste Kolonie dieses Planeten New Jamestown heißen sollte. Seinen Aufzeichnungen zufolge nahm ihn bei der Antragstellung niemand ernst. Der Antrag wurde also entweder ignoriert oder er ging irgendwann verloren. Da die Menschheit damals nicht daran interessiert war, die Weiten des Als zu besiedeln, hätte das kein Problem sein sollen. Aber es kam dann eben doch anders. Ich werde es versuchen, aber Diplomatie erfordert auch Kompromisse, ne? Ja, ja, natürlich. Aber wir müssen unsere Ziele von Anfang an mit Nachdruck vertreten. Falls nötig, können wir auch Kompromisse eingehen, eine gute Lösung für alle finden. Aber unsere Ausgangsposition ist, dass sie den Planeten uns überlassen sollen. Mach ihnen das klar. Gib mir Bescheid, wie sie reagieren. Dann sehen wir weiter. Also, ich meine, nichts für ungut, aber ich meine, so ein Planet, der hat ja eine gewisse Größe, oder? Also, ich meine, wir hatten es ja schon öfter im Laufe des Let's Plays. die Fragestellung, warum eigentlich auf jedem Planeten immer nur irgendwie ein, zwei Städte sind. Weil ich meine, wenn man mal überlegt, was spricht denn, jetzt überleg dir mal, du hast da eine Siedlung, die ist meinetwegen sogar riesig, ist irgendwie so groß wie New York City oder sowas. Und wenn du dann halt noch eine zweite Siedlung hast, die genauso groß ist, sagen wir mal, Tokio, dann müssen die ja nicht mehr was miteinander zu tun haben. Dann können die doch ganz, ganz friedlich und gut koexistieren. Also, das verstehe ich nicht, warum man dann immer gleich einen ganzen Planeten haben muss irgendwie. Aber gut. Ah, hier steht übrigens die Frage. Tja. Horima 2 ist riesig, warum besiedelt ihr nicht die andere Seite für Anden und Anderen? Daran haben wir auch gedacht, aber das funktioniert nicht. Ich muss die Zukunft unserer Leute im Blick haben. Die erste Siedlung mag ja klein sein, aber unsere Vorgänger wollten, dass sich unsere Zivilisation auf dem Planeten ausbreitet. Das wird schwierig, wenn jemand anderes das Gleiche vorhat. Der Gedanke des Teilens ist uns nicht vollkommen fremd, aber es ist einfacher, wenn diese Welt nur uns gehört. Okay, aber keine Garantie, dass ich sie überzeugen kann. Aber, aber. Man gibt doch nicht auf, bevor man es versucht hat. Danke und viel Glück. Also, es sind jetzt wie viele? 200 Leute, 300 Leute? Irgendwie sowas? Und ich, also, ich verstehe nicht, was dagegen spricht, einfach die andere Seite halt zu besiedeln. Weil ich meine, bis man sich da mal, jetzt lasst die Siedlung vielleicht auch mal 400, 500, vielleicht 1000 Leute haben, bis man sich da in die Quere kommt, oh, das sieht aber cool aus, bis man sich da mal in die Quere kommt, das dauert doch Jahrhunderte. Und in den Jahrhunderten könnten ja auch genauso, könnte ja auch genauso hier, die neue entstehende Zivilisation aus den Leuten hier sich schon irgendwie gegenseitig verfeinden. Oder also, ja, ich meine, also, cooles Konzept. Ich finde die Quest insgesamt ganz cool. Ich finde es auch cool, dass es hier so ein altes Schiff gibt, das losgeflogen ist und dann den technologischen Wandel überhaupt nicht mehr mitbekommen hat. Finde ich richtig cool. Richtig, richtig geil. Aber irgendwie diese Herleitung mit, ja, wir wollen den ganzen Planeten haben, finde ich irgendwie komisch. Aber gut, ich würde sagen, wir erkunden in der nächsten Folge einmal kurz ein bisschen noch das Schiff, dass wir einfach mal sehen, wie es hier so aussieht und würden dann mal runterfliegen auf den Planeten und mal gucken, was wir erreichen. Auch wenn ich eher für eine Kompromisslösung bin, muss ich ehrlich gestehen, weil ich finde das ein bisschen überheblich, ehrlich gesagt, zu sagen, oh, wir jetzt alles haben und ihr müsst jetzt bitte von diesem Planeten verschwinden. Oder was spricht denn dagegen, da halt mit zu siedeln? Also wenn dann halt irgendwie, wenn dann halt irgendwie die schon eine Riesensiedlung haben und sowas, dann könnte man ja auch einfach sagen, okay, wir besiedeln das einfach mit denen zusammen oder sowas. Haben wir 200 Leute plus 200... Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Schön, dass ihr noch dabei seid. Lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like oder ein Abo da und schreibt vielleicht mal in die Kommentare, weil wir uns ja so langsam, aber sicher dem Ende nähern. Was wir so als nächstes Projekt machen könnten, würde mich sehr beim Vorspiel befreuen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.